Erling Haaland Was macht er draus? Irgendwann Buschi, irgendwann musste dieses Tor einfach fallen Oder anders formuliert, es war nur eine Frage der Zeit Sie sind jetzt also in Führung, 1-0 Abgefangen, gut gemacht Kai Havertz, pass auf die Außenbahn Guerrero, jetzt gibt es hier vielleicht die Chance Kai Havertz, was für ein Tor Wunderbar wie er diesen Molli getroffen hat Absolutes Traumtor Da ist nochmal die Wiederholung dieser Szene Erst kommt die Flanke und dann hat er Zeit Dann kann er den Ball annehmen und sich die Ecke ausüben So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen Diesmal aus einer anderen Kamera Eine gute Leistung gezeigt, spielerisch, wirklich überzeugend Und auch die Nerven stimmen Ja, mit viel Übersicht Klasse gespielt, guter Steifers Und da ist der Ball, zum ersten Mal im Netz Raoul Kibbe Emre Can Axel Witzel jetzt Jetzt Marco Reus Da fällt das erste Tor an diesem Tag Ein super Tor in den Winkeln Ganz starker Abschluss, nichts zu halten Hier nochmal dieser Treffer Auch am Spielfeldrand, sie liegen hier vorne und es sieht gut aus So, da hätten wir also das 1 zu 0 Mal sehen, wie es hier weitergeht Die Nummer 9 Erling Haaland Neuigkeiten aus dem Volkspark Es ist ein Tor gefallen im Studio Jetzt die Infos Wir haben hier das erste Tor für Leverkusen Neuer Spielstand damit 1 zu 0 Gespielt sind 19 Minuten Danke für dieses kurze Update Josep Brekalow Da muss er hin, Andanovic War aber auch kein großes Problem Dortmund verliert den Ball Da hat er die Chance Da haben sie gut aufgepasst Josep Brekalow Bringt den Ball jetzt in die Mitte Geht gut dazwischen, weg ist der Ball Erling Haaland Das ist Havertz Schöne Pässe von Borussia Dortmund Die Chance jetzt Wie bitter Der Ball geht ins eigene Tor Da wurde er auf dem falschen Fuß erwischt Und dann fällt er den Ball ins eigene Tor ab Ja, nicht wirklich glücklich reagiert Aber das kommt vor Nochmal der Treffer Diesmal aus einer anderen Perspektive Jetzt vielleicht der Konter So langsam wird es gefährlich Besser Buschi Kannst du einen Konter fast nicht spielen Wolf, ganz ehrlich Das war fast schon beängstigend Wie schnell sie da vorne waren Und dann auch noch dieser Abschluss Perfekt Der BVB hier mit dem nächsten Treffer War es das jetzt Buschi Oder kommt der Gegner nochmal Glaube ich ehrlich gesagt nicht Dafür spielt die Borussia einfach zu gut Zu kontrolliert Und der match beginnt Muss be Und ein Goal Das ist ein sehr stark start Perfekt way zu open Es ist ein gut-looking Ball Und behind A Goal Another one Es ist ein absoluter demolition Job Hazard Und es könnte In es geht Such a complete performance Four in front now Well this is threatening To get out of hand Just look at the score line Well he made sure There was absolutely no way Through Look at the stats Dortmund controlling possession here If you don't control the ball In mid-dominant performance And a throw in Forthcoming Galanopoulos Galanopoulos Marcel Zabotka Are there to intercept Erlinghorne Erlinghorne No space for them here He's waiting in the middle This could have possibilities A Goal We're really being spoiled This is attacking football at its finest.